Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dungeons mit Sanjo. Hi, hi, ja, da bin ich wieder, hi. Und diesmal wollen wir wieder eine Mission wiederholen. Und zwar ist uns hier aufgefallen, dass wir zwei Items hier bei dem Artefakt noch nicht gefunden haben. Und wir die gerne finden wollen, ne? Ja, deswegen... Wenn schon, dann alles. Genau, dann starte mal, dann gehen wir los. Ja. Gruselige Kruft. Ja, und danach bekommt das liebe Zwecken auch sein Schwert wieder. Ja! Und ich gucke mal, was für Dolche rauskommen. Ich habe ja die Dolche auch reingelegt. Ja. Die kriege ich übrigens auch nach dieser Mission raus. Also, was die ganze Zeit da reinzutun ist, ist nicht dumm. Ja, wenn man zumindest einen Ersatzgegenstand hat. Ja, nicht so wie ich. Ich habe das mal in mein Schwert reingelegt und dann habe ich erst mal gesehen, dass er das erste Mal... Obst, drei da... Drei Missionen, was? Drei Missionen, die Aushalten? Ja. Was wäre ich noch ohne Zwecken gewesen, der mir seine Dolche gegeben hat? Ja. Wartet mal, ich muss mal gerade gucken. Okay. So, rein da. Direkt mal Smaragde und ich habe einfach schon richtig viel... Och, du Scheiße. Ich mache wenig Schaden. Ja, geil. Ah, das wird wieder lustig. Die Flieger sind ja über hier. Ach, du Scheiße, der Datschen ist so riesig. Ja, das... Da werden wir jetzt noch ein bisschen dranhängen. Aber ist halt so. Das wird wahrscheinlich wieder eine XXL-Folge. Ah! Ja. Ja, das wird definitiv wieder eine XXL-Folge. Ey, du Dreschpiller. Mist, wie ich... Ich bin definitiv wieder eine XXL-Folge, weil dieser Dungeon halt extrem so groß ist und das letzte Mal auch schon groß war. Ja, wir mögen es ja groß, ne? Ja, Sanjo, komm mal her. Warte, ich bin gerade hier beschäftigt. Gerade Probleme. Und sofort da. Wecken stöhnt wieder für mich. Das ist schön. Ich komme. Was denn? Okay. Ja. Guck mal. Guck mal. Siehst du hier irgendwo ein Secret für dich? Ja, sehe ich hier. Ja. Ich kenn das. Ja, nur noch mal. Sehr gut. Ich hab ein besseres Schwert endlich gemacht. Na, sieh da. Dreck. Läuft doch direkt. Läuft. Ersatzschwert gefunden. Da war nichts in dem anderen Raum. Nee, da war nichts mehr. Okay. Ich bin einfach schon den ganzen Tag am aufnehmen. Ich freue mich, dass man gleich nachher alles hochzuladen. Ja, das wird traumhaft. Ja, ich kann das ja noch nicht mal alles gleichzeitig hochladen. Ist das Ding. Ich muss erst rendern, dann hochladen, rendern, also heißt, schneiden, rendern, hochladen, schneiden, rendern, hochladen. Drecksack. Ja, das zertig. Ich muss mal gerade gucken hier, was haben wir noch hier? Nichts. Ich geh mal unten lang. Mach das. Wenn du irgendwas Besonderes hast, sag mir ja Bescheid, ich teleportiere mich. Ich hab grad zwei Akte gefunden. Maja. Oh, oh. Aber es war echt, dass ich mir jetzt grad nicht so wichtig, weil ich hab 2.019. Aber wir haben noch hier schon fast 2.021. Ja. Hier ist ein Thron bei mir. Wo bist du denn? Oh, ne bessere Rüstung hab ich bekommen. Läuft. Nice. Was für ein Rätsel wieder? Mhm. Ja, warte, ich komme. Ich hab ein besseres Schwert gefunden. Nochmal. Mit 2 Verzögerung sogar. Haps. Ist doch. Warum geht das nicht? Habe ich jetzt doof? Ist es doch. Was, was denn? Sanjo? Äh, bei mir ist das zu. Hä? Sanjo hat einen Bug. Oh nein, ich komme doch nicht rein. Was ist das für Kack? Nein. Oh, du Armer. Das ist ja nie. Ich krieg keine Blut. wieder beide gleichzeitig. Äh, du auch dein Strahl. Kannst du übrigens auch abbrechen. Diamantschwert. sehr gut das wird Blitzeinschlag, oh mein Gott das nehme ich direkt und Frost so das Diamantschwert pack ich auf jeden Fall immer als mein Ersatz Sanja wir müssen noch einmal nach oben ja ja aber das das hier haben wir ja auch noch nicht hinweg oder keine Ahnung hier ist halt nichts doch Erfahrung zumindest ja außer das und da hinten waren wir auch noch nicht hier ja Sanja hier waren wir so ungefähr ja jetzt haben wir aufgedeckt wir sind noch Smaragde wir werden so oder so nochmal ne mir ging es ja nur um diese beiden Dinger hier die hier reingingen ja wir sind trotzdem noch mal hier hingekommen meinst du ich bin runtergefallen ja jetzt weißt du wie ich mich immer fühle wenn man das Loch nicht zieht hier hier keine Ahnung wo wo er ist teleportier dich doch einfach seh dich das gibt es auch noch ja ja so jetzt können wir nach oben nochmal gehen hier gibt es ja auch noch was anscheinend müssen wir hier auch lang aber wie kommen kann die eine erfolgen aber auch wenn es nur da andere das hinzukommen oder das andere gleich ich grade mein Buch gleich und hab äh der macht mir zu wenig Schaden und dann kommt er durch ja dann hier lang erst mal bei dir ist schon richtig was ist bei dir nicht richtig ich hatte gerade 3000 ob es bei mir ich habe gehört das tmc geschmissen hast aber gut überlebt dafür nochmals maragde jägerrüstung hat er bekommen ist so Sehr schön. Ja, geil. So will ich das haben. Grün ist schwer. Das ist sogar besser als ich habe. Unglaublich. Ja, man kann es ja verbessern von daher. Braucht halt nur ein bisschen. Na, dann könnte ich das grüne Schwert dann erstmal nehmen. Ja. Oder deine Dolche, wenn die besser sind. Ja. Die Dolche sind natürlich echt auch nicht schlecht, weil... Schön schnell, aber man muss ziemlich nah ran. Also man kriegt dann oft auf die Mütze. Ja, ich habe die Dolche gehört von daher. So. Dann let's go. Es trägt ihr auf, die Mütze. Ich hab das CMT komplett verfehlt. Oh, das ist noch eine Verfeilung. Zanio, du hast die Truhe vergessen. Ja. Ja, hab ich mitbekommen. Du hast Maragto vergessen. Bin down, bin down, bin down. Bin gefallen. Es waren ganz viele Creepers. Alles gut, ich hab's im Griff. Hält aber gut aus, der Dräggen, ne? Boah, alter. Mit dem Laser, ne? Einmal reinhauen. Hier unten sind Smaragde, bei mir. Ja. Wie viel Smaragde hast du eigentlich? 3397 jetzt. Ja, ich hab 2243. Aber es war auch bis jetzt echt nichts dabei, was ich kaufe mir, der kann... Ja, ich kann schon mir halt mehr Sachen kaufen, als du. Ja. Ja, auf... Dieses Mal geht wir auf jeden Fall direkt nach oben, ne? Mhm. Ich hab gedacht, nee, es geht hier das nicht. Wir werden mal weiter. Ups, wollt ihr lernen? Ja, ich hab nicht, Alter. Den auch. Ich hab ja noch so gut zählen. Erster. Jo. Noch mehr Smaragde. Ja. Noch mehr. Geil. Kann ich mich bald tot schlagen damit. Ja. Oh. Da war er weg. Das hab ich nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Das hab ich alleine gelassen, einfach. Ich bin hier schon am Kämpfen. Aber Blitz und Frost ist eigentlich ne gute Kompromiss. Weil wenn die Gegner eingefroren sind, sich nicht bewegen können und dann noch ein bisschen in die Fresse bekommen für extra Schaden. Ist das schon nice. Ich weiß, dass er dann drum gespottet ist. Das ist geil. Ja. Ich hab da, da waren grad minimum so 10 Creeper oder so, die ich fertig gemacht habe. Sehr gut. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Ja. Ja. Einfach alles auslöschen. Ja. 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 Totschaum. Heilig. Ach. Boah, der Dungeon ist noch ein Stück groß, ne? Schweinchen bei mir. Ja. Ich bin, warte. Ich muss grad verzauberte Skelette fertig machen. Wir sind grad beide in ne andere Richtung, ne? Seh ich, ja. Ich komm jetzt gleich mal zu dir erstmal. Ja, ich komm jetzt erstmal zu dir. Ja, die Item fliegen da gleich so oder so. Du musst du oder so zu mir kommen. Ich frag nicht, wie ich grad gestorben bin. Keine Ahnung. Wir sind da oben, wir sind da oben, wir sind da oben. Aber diesmal gehst du mehr drauf als ich, ne? Geht wieder Creeper hier. Ja. Geben die schon. Ja, ich bin auf das eine Mal auch nur draufgegangen, weil ich ein echt beschissenes Schwert hatte, ey. Aber jetzt hab ich halt das Gearschwert. Oh, ich hab meine eigenen Haare grad im Auge ein bisschen. Das kenn ich. Ja. Also auf der Karte wird mir ne Truhe normaler Gegenstand und ne selten gewöhnlicher Gegenstand aber es gibt keine epischen oder es gibt keine epischen Gegenstände. Naja, im Abenteuermodus dann auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich. Dann wären es richtig krasse Gegenstände dann. Ja, Legendäre sind dann noch krasser. Es gibt dann wahrscheinlich auch epische Gegenstände. Aber das ist halt einfach der einfachste Modus erstmal. Hm. Läder. Nippe Gags. Ich frag... Also da... Ich frag mich, ob wir den Loot behalten, den wir jetzt haben, oder ob wir nochmal von neu anfangen. Ähm... Ich weiß nicht, was du meinst, gerade. Wenn wir einen neuen Schwierigkeitsgrad auswählen. Dann behältst du das natürlich, glaube ich. Und dann fangen wir aber von neu an. Wahrscheinlich, ne? Ja, das ist möglich. Ich hab's selber noch nicht, leider noch nicht gemacht. Kannst du nicht sagen? Boah, das war knapp von dem Creeper. Hier sind noch mal zwei mit Smartgänger. Ja, komm. Okay, hier ist nichts. Ja. Ja. Out! Auf! 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 weg da das war gut da war diesmal richtig gut geworfen ja ab und zu kann ich ja übung 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 macht die meister jetzt geht es doch mal komplett zurück naja so sehr gut sehr gut so ich gehe noch mal hier rein weil hier eine rüstung ist und hier sind noch mega viele sprakte hier hinten ist sonst nix ja ich glaube ich schon mal wieder hier oh gott schneller als du tschüss ja hier geht's schon raus es wird erst mal zurückgehen nach dahin gehen wir gleich gibt es nix 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 oh my god der belief Alter Au Das kannst du doch auch sagen Und noch was weißes kam raus Das wird sich vielleicht im späteren Verlauf ändern mit dem höheren Schwierigkeiten Ja, das auf jeden Fall Weil weiße Gegenstände sind auch meistens halt nicht so stark wie die ähm Grüne oder sogar Legendäre Aber im Nee, aber im Kraft-Teuer-Modus ist halt das extrem Ja Ja Da freu ich mich auch schon drauf Ich auch, ich freu mich unheimlich drauf Ich freu, ich hab, ich hab so Bock weiter zu spielen gerade auch Und Ist doch gut Naja, vielleicht werden wir sogar heute mit dem Spiel einfach Das erste, also mit dem ersten Schwierigkeitsgrad durchs Ja, das war lustig Das ist bestimmt so, oder? Ja, möglich ist es schon Ich hab ja auch noch Lust, dass wir können Ja Noch weiter aufnehmen Ja Ja Du sagst es ja auch Du hast ja so Freize auch so Deine Ahnung Ja Ja Boah, diese Spinne hält wohl viel aus, ne? geil bei 4000 habe ich ich habe auch bei 3000 so hier können wir uns doch einmal klopfen es macht auch spaß ja auf jeden fall öfters so was finden und das witzige ist ja ich habe extra für das du projekt crash bandicoot verschoben ja 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 hat er gemacht hat er gemacht ja deswegen kommt auch das erstes und crash bandicoot erst später die passen genau zu mir jetzt kann ich zurück klatschen das malak du jetzt auch noch weiter ja egal ich habe schon 300 300 ja 300 was sag ich ja 138 dabei benutze ich nicht mal beide also ich habe auch nicht ich habe schon ab und zu feine benutzen die ganzen katzen gehen wir dann auf den sack ja ich fitte euch gleich ach so da war schwer noch für dich ja so dann geht es auch zurück ja raus aus dem dungeon daher dass die anderen folgen ja daher dass es die anderen folgen auch so kurz waren es ich weiß wie dann wahrscheinlich über eine halbe stunde sind jetzt schon 28 ist ja das geht ab und zu mal eine lange folge ist ja nicht und manche mögen das ja auch so ist es nämlich aber bei mir ist gerade eine kerze ausgegangen ich rieche es magst du den duft es geht ich komme das waren ein paar viele creepers hat sie weg gemacht jo ich gesehen aber dieses blitz ist so geil glaube ich hier hier verzauberte ja hier ein paar verzauberte aktiv die halten viel aus noch noch ich glaube ich habe etwas nicht die 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 nicht die 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 hier ist ein dungeon geil so machen wir das ich komme hier oben ist nix hier ist auch nix doch oder macht auch noch mal eine goldruhe knochenbogen der kenne ich kenne ich aus ich wollte gerade noch mal auf eine spinnleiche einhauen dann war es doch schon wieder war dadurch sind wir schon wieder durch in den branchen meine ich aber voller geschenke 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 100 121 schaden mit einem blitz ja schon wieder 121 schaden mit einem blitz krass da wir sind hier auch schon durch was immer lauf die lauf die lauf die lauf die ja ich komme gegen die wand gelaufen nur gegen die wände laufen auch hier ob sie eingesammelt ich frage mich wie viele folgen wir eigentlich jetzt schon noch ein paar oder der hat schaden gemacht ja ordentlich und hier war nichts ne es war eine falle definitiv eine falle die trecken natürlich getappt ist ich habe das dt gegen den bauch geworfen gut dass ich nicht in der nähe war doch du warst schon ein bisschen in der nähe wäre ich wahrscheinlich wieder gestorben aber wir sind doch jetzt wieder durch yo ja und heißt ich bekomme mein schwert wieder zurück mega sieg mission endet in 321 reise nach lager ich habe eine seelenlaterne wiederbekommen okay ich habe mein schwert jetzt im kopf so meine schwert kraft beträgt jetzt 30 also das ist schon 29 die durch schon gut und meine kraft beträgt 30 und das schwert macht 79 schaden bis 240 ach du scheiße dann schmeiße ich das schwert jetzt auf jeden fall gleich schon mal wieder mit rein hier ich schmeiße das schwert auch noch mal rein glaube ich ich könnte natürlich auch ein totem reinschmeißen oder so ne das würde auch gehen und dann habe ich jetzt nämlich die ich hab's doch eingeschmissen so dann bedanke ich mich auch wieder für die folge dass ihr die angeschaut hat wir sind wieder bei 36 minuten ah ja läuft wieder eine xxl folge aber macht ja nix ist nun mal so und damit sage ich dann tschüss 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 tschüss